Die zu veräußernde 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Euskirchen. Das im Jahr 2015 erbaute Haus verfügt über 3 Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnfläche der Etagen-Wohnung liegt bei ca. 74 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf ca. 18.801.100 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.